Guten Morgen, ich begrüße Sie im etwas gemütlicheren Rahmen zur Veranstaltung Strukturierter Rechte für Konfirmierung, zwei Vorlesungen. Heute wird es gehen um Zuweisungen, um bedingte Ausführungen, um Variable, also um ganz basale Eigenschaften von Java. Wir werden uns aber zuerst mal noch ein paar Sachen angucken. Also zum einen, da schien es gestern Missverständnis gegeben zu haben, wenn ich darüber rede, dass irgendwas ausfällt, anders ist, sich verändert, dann rede ich immer nur über diese Lehrveranstaltungen. Alles andere weiß ich nicht und interessiert mich nicht. Also wenn ich über irgendwelche Organisationen Dinge rede, nur über diese Veranstaltung. Wenn ich sage, die Übungen fallen aus, dann fallen die Übungen dieser Veranstaltung aus. Bei den anderen weiß ich es nicht. Das ist das eine. Dann diesen SoftLab Server, das ist das, was ich Ihnen gezeigt hatte oder gestern gesagt hatte. Die Quellcodes, also hier ist so das Skript und ein paar Sachen zur Organisation. Ich hoffe, dass jetzt hier überhaupt keine Termine drinstehen. Und dann gibt es diesen, wenn Sie auf Browse Source hier oben klicken, können Sie in die Quellcodes reinschauen. Das ist in sogenannten Paketen organisiert. Was Pakete sind, werden wir später lernen. Auf jeden Fall kommen wir dann hier über VL irgendwann mal zu dem, was wir jetzt beispielsweise heute machen, dieses Collatz.java. Also da können Sie sich die gesamten Quellcodes anschauen. Sie können, das liegt im Subversion Repository, das auch öffentlich zugänglich ist. Sie können das natürlich auch per SVN einfach auschecken, wie das geht. Entschuldigung, ich sage später. Nein, warum sind Sie wichtiger als alle anderen? Und Sie auch? Ich habe den Raum, Entschuldigung. Ja, wenn Sie nicht wissen, wo der Raum ist, ist ja vielleicht mal der Ansatz, 10 Minuten vorher da zu sein, wenn man weiß, ich muss noch suchen, oder? Kommen Sie rein, nehmen Sie Platz. Kommen Sie rein. Mann, machen Sie sich bewusst, dass Sie hier arbeiten. Wir sind hier nicht im Kindergarten. Achso, genau. Wir hatten gestern über... Ich hatte ja die Collatzfunktion vorgestellt, so in Pseudocode. Wir haben uns das mal angeschaut, wie man da so durchläuft. Ich würde Ihnen das heute einmal zeigen, wie das in Java aussieht. Ich werde jetzt nicht das Programm von oben nach unten runterschreiben, sondern ich werde so der Reihen nach, von innen nach außen mit dem spannenden Teil mal anfangen und dann von nach außen das so aufbauen. Das ist nicht so unbedingt der übliche Weg, ist aber jetzt heute gerade mal einfacher, um die Details so ein bisschen darzustellen. Sie werden sehen, dass jetzt hier links ganz viele rote, links und rechts so rote Markierungen auftauchen werden. Das sind einfach Fehler, weil das Eclipse während der Eingabe das Programm immer schon versucht zu kompilieren und dann feststellt, dass es so nicht kompiliert. Davon dürfen Sie sich einfach nicht nervös machen lassen. Wenn Sie einen Plan haben, gehen die Fehler dann schon irgendwann weg. Wir werden jetzt ganz viele Fehler hier sehen. Das ist aber nicht weiter schlimm. Angefangen haben wir ja, Sie erinnern sich, mit dem Teil, dass wir, wenn wir festgestellt hatten, ob die Zahl x gerade oder ungerade ist, haben wir bei geradem x das x halbiert und bei ungeradem x dann verdreifacht und mit 1 noch erhöht oder um 1 erhöht. Wie sieht das jetzt aus? Das halbiert jetzt unser x. Da werden Sie jetzt sagen, Moment mal, x kann ja nicht gleich x halbe sein. Das, was hier steht, ist keine Gleichung. Das hat mit einer mathematischen Gleichung nur ganz entfernt was zu tun. Das nennt man eine Zuweisung. Ein einfaches Gleichheitszeichen bedeutet, weise das, was auf der rechten Seite steht, dem zu, was links steht. Links ist eine Variable, die heißt x. Eine Variable kann man sich vorstellen wie so eine Karteikarte. Da steht oben drauf, dass das x ist und auf der Karteikarte steht der eigentliche Wert. Das sind also Speicherzellen und der Karteikasten ist der Speicher unseres Computers. So eine Zuweisung funktioniert immer so, dass auf der rechten Seite vom Gleichheitszeichen erstmal gerechnet wird. Also offensichtlich muss es, bevor das hier ausgeführt werden kann, vorher schon mal eine Festlegung gegeben haben, welchen Wert x jetzt eigentlich hat. Das wird zuerst ausgerechnet. Also die rechte Seite wird immer zuerst evaluiert, sagt man auch. Es gibt ganz seltene Ausnahmen, wo das nicht so ist. Das wird sie aber in diesem Semester nicht betreffen. Und nachdem man auf der rechten Seite einen Wert ermittelt hat, also eine Zahl oder eine Zeichenkette oder sonst irgendwas berechnet hat, was nicht weiter vereinfacht werden kann, dann wird es auf die linke Seite zugewiesen. Und das ist genau das, was hier passiert. Vor der Zeile 3 hat also x einen Wert. Der wird erstmal halbiert. Nehmen wir an, das wäre die 42. Dann wird er halbiert und dann wird die 21 nach links zugewiesen. Warum 42? Wer weiß das? Ja? Die? Ja, das ist die Antwort auf die Frage, die man vergessen hat. Also die, genau. Also wer Douglas Adams nicht gelesen hat, ist eine schwere Bildungslücke, da sollten Sie dringend nachholen. Wenn in einer Veranstaltung die 42 nicht auftaucht, ist irgendwas nicht in Ordnung, dann droht ein Riss im Raum-Zeit-Kontinuum. Also in jeder Vorlesung oder Übung gibt es eine 42. Außer gestern. Also auf diese Weise halbieren wir jetzt das x. Ja, wir haben vorher ein x, das wandert auf die rechte Seite da, wird durch 2 geteilt und dann wird es dem x wieder zugewiesen. Ja? So, wann wollen wir das machen? Wir wollen das immer dann machen, wenn x gerade ist. Wie finden wir denn raus, ob eine Zahl gerade ist? Ja? Nee, nee, ich möchte es auf Deutsch wissen. Ob 2 geteilbar ist. Also ob x durch 2 teilbar ist. Genau. Ob x durch 2 teilbar ist. Das ist die Frage, die wir stellen müssen. Wann ist x durch 2 teilbar? Ja? Wir sind immer nur auf Deutsch. Nee, ich möchte das auf Deutsch wissen, bitte. Achso, wenn die Zahl gerade ist. Wenn die Zahl gerade ist. Wie finden wir raus, ob die gerade ist? Wann ist die Zahl gerade? Ja? Wenn sie bei Division durch 2 keinen Rest hat. Ja? Denken Sie daran, wenn Sie so Sachen sagen wie, wir benutzen den Modulo-Operator. Hier sitzen auch Leute, die das alles noch nicht wissen. Deswegen müssen wir es erstmal auf Deutsch mal erklären. Okay? Genau. Also wir teilen die Zahl ganzzahlig durch 2 und gucken uns den Rest an. Jetzt hatte ich gesagt, falls die Zahl durch 2 teilbar ist. Und das schreiben wir so. Es empfiehlt sich, das so zu machen, wie ich das jetzt gerade getan habe. Immer erstmal die Struktur, die man aufschreiben will, komplett zu schreiben. Also if, runde Klammer auf, runde Klammer zu, geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu. Und erst danach die ganzen Dinge, die man benötigt, dort einzutragen. Also if heißt falls. In die runden Klammern kommt die Bedingung. Und die geschweiften Klammern markieren einen Block. Das heißt, die geschweifte Klammer, die nach dem if beginnt, markiert alles, was ausgeführt werden soll, falls diese Bedingung zutrifft. Also wenn die Bedingung zutrifft, dann wird alles ausgeführt, was zwischen den danach folgenden geschweiften Klammern steht. Hier könnte jetzt ja noch viel, viel mehr stehen. Dann sehen Sie, hier habe ich so zwei Schrägstriche gemacht und dahinter geschrieben, halbiere X. Das ist ein sogenannter Kommentar, damit man weiß, was man dort tut. Software neigt dazu, oder Programme neigen dazu, lang und unleserlich zu werden. Und deswegen ist es schlau, von vornherein Kommentare zu schreiben. Es wäre jetzt sogar noch viel schlauer, zuerst die Kommentare zu schreiben. Und erst danach den Quelltext, weil man dann nämlich den Algorithmus schon im Kopf hat und dann den Quelltext nur noch aufschreiben muss. Es empfiehlt sich auch, die Kommentare jetzt nicht unbedingt in die Zeile dahinter zu schreiben. Das hängt damit zusammen, wenn man die Zeilen ändert, fangen die Kommentare plötzlich an umzubrechen, sondern immer in die Zeile drüber. Das lässt sich auch besser formatieren, wenn der Kommentar länger ist. Sie werden das sehen in den Beispielen, die ich habe, sind teilweise Kommentare über zehn Zeilen oder sowas drin, wo dann nochmal ausführlicher erklärt wird, warum man jetzt etwas auf eine bestimmte Weise macht. Und das empfiehlt sich, das also so zu schreiben. So, und jetzt hatten wir gesagt, wir müssen erstmal feststellen, ob x gerade ist. Das machen wir, indem wir ganzzahlig durch zwei dividieren und uns dann anschauen, ob der Rest null ist. Ja, wenn man das so Mathe dritte Klasse aus der Version betreist. In Java schreiben wir das so auf. Das heißt jetzt x Modulo 2. Das hatten Sie schon richtig gesagt. Der Modulo-Operator ist ein Operator aus der Mathematik, der eben genau den Rest bestimmt. Den Rest null-Division. Ganzzahlige Division bedeutet, es entstehen keine Kommazahlen, also keine Nachkommastellen. So, das kann jetzt so noch nicht funktionieren, weil dieses x Modulo 2 jetzt eine Zahl ist. Die ist entweder 1 oder 0. Sie haben eine Frage? Nein. Da lassen Sie mich mal ein bisschen ausführlicher erzählen. Also dort steht jetzt eine Zahl. Ja, x Modulo 2 ist eine Zahl. Irgendwann im Verlauf des Programms, wenn das Programm dort ankommt, wird das hier ausgerechnet. Das macht die Laufzeitumgebung. Und dann wird das, das kann man sich so vorstellen, als ob das ersetzt wird. Also eine Programmausführung ist so etwas wie eine ständige Ersetzung von Termen. Ja, sobald ein Term ausgewertet werden kann, wird er durch das Ergebnis ersetzt. So kann man sich das vorstellen. Das heißt, dort steht jetzt eine Zahl. x Modulo 2 ist eine Zahl. Welche Zahl kann das überhaupt nur sein? Oder welche Zahlen können das überhaupt nur sein? 0 oder 1, ja. Also Division durch 2 kann nur den Rest 0 oder den Rest 1 geben. Und Division durch 3 hat 0, 1, 2 und so weiter. So, und wenn wir jetzt eine Bedingung dort haben, dann muss dort aber was drinstehen, was wahr oder falsch ist. Ja, eine 0 oder 1 ist jetzt nicht wahr oder falsch. Wir werden zwar 0 und 1 synonym zu diesen Wahrheitswerten verwenden, aber hier sind es eben jetzt erstmal Zahlen. Und wir müssen jetzt nur überprüfen, ob das, was wir da ausgerechnet haben, 0 ist oder nicht. Und das machen wir so. Dieses doppelte Gleichheitszeichen bedeutet, prüfe, ob die linke und die rechte Seite gleich sind. und schreibt statt dieses ganzen Terms hier das Ergebnis dorthin. Das Ergebnis kann jetzt wahr oder falsch sein. Es ist entweder, ist es gleich 0 oder es ist nicht gleich 0. Das nennt man einen Bool'schen Wert. Bool'sche Algebra hatten Sie in der Schule ungefähr so in der siebten, achten Klasse. Da kommen jetzt also Wahrheitswerte raus. Dazu gibt es auch einen Datentyp, der heißt Boolean. Das, was also in solchen runden Klammern hinter einem if steht, muss immer ein Ausdruck sein, der am Ende vom Typ Boolean ist. Was das genau bedeutet, werden wir jetzt in den nächsten Tagen und Wochen noch sehen. So, was passiert hier also? Die linke Seite wird ausgewertet, da kommt eine Zahl raus. Dann wird verglichen, ob diese Zahl 0 ist. Und das Ergebnis dieses Vergleichs wird jetzt praktisch hier in diese Klammern reingeschrieben und dann wird auf der Basis dieses Ergebnisses eben entschieden, ob jetzt dieser Block betreten wird oder nicht. Der Block wird genau dann betreten, wenn das hier Truth ist. Also wenn das wahr ist, wenn das gilt. Ansonsten wird der Block übersprungen. Dann wird der Block nicht betreten. Dann geht es hier hinter dieser geschweiften Klammer weiter. Das hatten wir auch formuliert gestern. Das stand dann sonst. Das schreibt man in Java else. Und dann geht der nächste Block los. Da stand jetzt drin verdreifache x und erhöhe um 1. Und das schreibe ich jetzt einmal auf. Das können Sie sich jetzt schon vorstellen, wie das geht. Der Stern ist das mal und plus 1 ist dann eben plus 1. So, hier tauchen jetzt die ganzen Fehler auf, weil der Compiler sagt, er weiß noch gar nicht, was x eigentlich ist und es fehlt noch ein Haufen Zeug, was ja noch drum herum stehen müsste. Ich habe jetzt am Zeilenende immer so ein Semikolon geschrieben. Der Semikolon bedeutet nicht, dass die Zeile zu Ende ist, sondern das Semikolon bedeutet, dass diese Anweisung zu Ende ist. Man könnte jetzt auch mehrere Anweisungen mit Semikolon getrennt hintereinander schreiben. Das verschlechtert auch die Lesbarkeit des Programms. Und die Lesbarkeit ist total wichtig, weil einer der größten Kostenfaktoren bei Softwareentwicklung Wartbarkeit ist. Wartbarkeit ist ein wesentliches Qualitätskriterium. Jetzt verstehen wir das alle. In drei Wochen sieht es schon schwieriger aus und in drei Jahren, wenn der ursprüngliche Entwickler, der den Quellcode mal geschrieben hat, vom Laster überfahren wurde, versteht es gar niemand mehr. Das heißt, wir müssen von vornherein Software so schreiben, dass sie für Dritte verständlich ist. Also insbesondere natürlich für uns selbst verständlich, wenn wir es nochmal ändern wollen. Und aber eben auch für Dritte verständlich ist. Das hat jetzt nicht nur mit der Wartung zu tun, sondern es hat auch was mit der Fehlersuche zu tun. Es ist jetzt gar nicht so selten, dass in Software Fehler drinstecken. Da gibt es syntaktische Fehler. Das sind Fehler, die der Compiler bemerken kann und die er hier markiert. Und es sind aber auch semantische Fehler, weil man einfach was Falsches tut. Was Falsches. Also etwas macht, wenn man also ein Programmcode aufschreibt, der was anderes tut, als das, was man eigentlich tun möchte. Das nennt man einen semantischen Fehler. Den kann der Compiler nicht finden. Den können wir nur finden, indem wir testen. Das heißt, indem wir verschiedene Werte in unser Programm reingeben und dann die Ergebnisse, die das Programm ausspuckt, vergleichen mit dem, was wir erwarten. Wir überlegen uns also vorher, was muss das Programm für eine Ausgabe erzeugen und vergleichen dann die Ausgabe mit dem, was wir erwarten. Und wenn das nicht stimmt, wissen wir, okay, hier ist ein Fehler drin. Dann müssen wir nochmal in den Compiler reingucken. Und dann ist es natürlich total sinnvoll, dass man das von vornherein so aufgeschrieben hat, dass es gut lesbar ist. Deswegen mache ich ja auch diese Einrückungen. Die werden jetzt nicht nötig. Sie werden sehen, wenn Sie programmieren, macht die Entwicklungsumgebung und das zum Teil eben auch schon selbst diese Einrückungen. So, dann hatten wir gesagt, nachdem diese Bedingung entsprechend ausgeführt wurde, sollte z um 1 erhöht werden. Das machen wir mal so. Wir können alternativ schreiben. Das hat genau dieselbe Bedeutung. z plus plus. Macht genau dasselbe wie z ist gleich z plus 1. Das ist Ihnen überlassen, wie Sie das schreiben möchten. Wenn Sie jetzt wenig Programmiererfahrung haben, ist es vielleicht besser, die erste Variante zu wählen, weil man das dann einfach besser versteht. Ich werde diese Schreibweise ab der übernächsten Woche in sogenannten Zählschleifen verwenden. Das werde ich dann aber nochmal ausführlich erklären. Sie können beides verwenden, wie Sie mögen. So, und um das alles außenrum war ja jetzt noch diese Schleife. Solange x nicht 1 ist. Sie erinnern sich. So, für solange gibt es ein Schlüsselwort in Java, das heißt while. Und auch jetzt schreibe ich erstmal den Block fertig. und macht dann die Einrückung. Das geht, indem man so einen ganzen Programmteil mit der Maus markiert und dann die Tab-Taste drückt. Aber das zeigen wir Ihnen alles im Praktikum. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein. So. Solange x nicht 1 ist, soll ja das gemacht werden, was in der Schleife passiert. Wer weiß, wie man das aufschreibt? Ausrufezeichen ist gleich. Das ist genau... Ah ja, danke schön. Dann schreibe ich jetzt mal noch einen Kommentar drüber. So, dann empfiehlt es sich ab und zu mal so eine Leerzeile einzufügen, damit man so ein bisschen Struktur da reinbekommt. Also auch im Interesse der Lesbarkeit. Das ist eben für Sie insbesondere dann wichtig, wenn Sie jetzt noch wenig Programmiererfahrung haben. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Quellcode sauber strukturiert aussieht. Sie verstehen viel leichter, was Sie da aufgeschrieben haben. So. Das ist ein Operator. Ja, also die beiden Zeichen zusammen sind ein Operator. Das ist genau wie hier. Mit gleichgleich prüft man auf Gleichheit. Mit Ausrufezeichen gleich prüft man auf Ungleichheit. Das muss man sich einfach mal anmerken. So, jetzt haben wir die innere Schleife soweit fertig, beziehungsweise überhaupt die Schleife. Nach der Schleife wollten wir dann sagen, gib Z aus. Und da schreibe ich jetzt was auf, was Sie jetzt erst mal so hinnehmen müssen. Das Seltsam. Okay, aus irgendeinem Grund funktioniert das nicht. Es gibt eine Kurzschreibweise dafür. System.out.println macht eine Ausgabe in diesem kleinen Fensterchen hier unten. Normalerweise werden Java-Programme nicht in Eclipse ausgeführt. Wir werden jetzt in diesem Semester aber praktisch nur Eclipse als Ausführungsumgebung nutzen. Normalerweise startet man so ein Programm halt eben über einen Doppelklick auf dem Windows oder Linux oder Mac Desktop. Das werden wir jetzt hier immer nicht machen. weil wir über Grundlagen der Programmierung reden und ich jetzt nicht darüber reden will, wie Sie dafür sorgen, dass Sie eine ausführbare Java-Datei erzeugen. Das ist jetzt alles nicht so wichtig. Deswegen werden wir immer in Eclipse unsere Programme ausführen und das hier wird sozusagen unser Dialogfenster sein. Das heißt, wir werden jetzt auch nur Programme sehen, die Texteingaben und Textausgaben haben. Im nächsten Semester machen dann ganz viele bunte Sachen mit Mausklicks und solchen Zeug. Jetzt geht es erst mal darum, die Grundlagen der Programmierung zu lernen. Was ist das jetzt hier? Das System ist etwas, was von Java mitgeliefert wird. Das ist ein Objekt beziehungsweise eine Klasse, die das System repräsentiert. Was Klassen sind, sehen wir auch später. Out ist ein sogenannter Ausgabestrom, den das System zur Verfügung stellt. und der Ausgabestrom System Out ist die sogenannte Standardausgabe. Die Standardausgabe erfolgt immer in die Konsole. Das ist Fenster hier unten nennt man Konsole. Wenn wir das Programm jetzt von einem Terminal aus starten würden, wäre dieses Terminal unsere Standardausgabe. Und Println heißt einfach nur Drucke das, was hier in Klammern steht und mache danach einen Zeilenumbruch. Und das schreibe ich jetzt mal rein. So. Was habe ich da jetzt geschrieben? Ich habe geschrieben Gib mal aus, Anzahl der Iteration Doppelpunkt und ein Leerzeichen und hänge dann Z hinten an. Das ist jetzt vielleicht erstmal überraschend, dass Z eine Zahl ist und dass hier eine Zeichenkette ist und ich in dem Fall ist das Plus kein mathematischer Operator sondern ein Verkettungs Operator und der nimmt also das was links steht und kettet das dran was rechts steht. Da wird also dann nachher die Zahl die in Z drin steht die Anzahl der Iteration die wird hinten die wird in den Text umgewandelt und hinten an diesen Text den ich vorn geschrieben habe einfach drangehängt und ausgegeben wird also jetzt nicht Iterationen oder sowas stehen sondern es wird tatsächlich der Wert der im Z drin liegt in eine Zahl umgewandelt wenn ich sowas machen würde dann würde der Operator mathematisch verwendet werden und eine Addition ausgeführt werden also nehmen wir mal an im Z steht eine 42 und im X eine 4 muss ja eine 1 stehen und im X eine 1 dann würde jetzt hier nicht ausgegeben werden 1 umgewandelt in Text 42 umgewandelt in Text und aneinander gekettet also nicht 142 sondern es würde zuerst berechnet werden 1 plus 42 wäre 43 und dann wird die 43 ausgegeben der ist also kontextsensitiv dieser Operator der kann feststellen was steht links und rechts und entsprechend der Typen die links und rechts stehen führt der eine bestimmte Operation so jetzt haben wir die Ausgabe und jetzt müssen wir dem Programm aber noch sagen was eigentlich x und z sind das sind ganze zahlen tatsächlich sind es natürliche zahlen in java kann ich aber habe ich keine möglichkeit eine natürliche zahlen zu vereinbaren sondern ich kann nur ganze zahlen vereinbaren und das tue ich jetzt und zwar mache ich das so indem ich sage ich habe also ich muss das sozusagen anmelden beim compiler dass ich ab jetzt einen Wert verwenden will der vom Typ ist sogenannte integer zahlen oder ganz zahlen und den namen z tragen soll also in dem moment gibt der compiler jetzt durch sein kleines fensterchen eine karteikarte in die hand und sagt okay jetzt darfst du auf der karteikarte ganze zahlen aufschreiben und oben auf der karteikarte steht drauf z so und dann hat man noch gesagt z muss am anfang auf null gesetzt werden und das machen wir rechte seite ist die null links ist das z was rechts steht kommt nach links auf die karteikarte drauf so jetzt brauchen wir noch ein x das ist ein bisschen etwas komplizierteres das ist ja auch wieder eine ganze zahl und wir wollen aber diese ganze zahl ein lesen von von dem benutzer sie erinnern sich daran und da verwenden wir ich schreibe das einmal auf das ist auch was was sie jetzt erstmal hinnehmen müssen ich erkläre das einmal gleich kurz und werden das später noch ausführlicher sehen das sind jetzt das müssen sie dann in ihrem program einfach mal so abschreiben damit wir von der tastatur eingaben entgegen nehmen können muss unsere laufzeit umgebung irgendwie mit der tastatur reden ja und dafür bringt java eine konstruktion mit sogenannte scanner die von beliebigen datenquellen daten in das programm reinlesen können das kann eine netzwerk verbindung sein das kann die festplatte sein und das kann natürlich eben auch eine tastatur sein wie das im detail funktioniert das müssen wir gar nicht wissen da passiert irgendwelche schwarze magie das ist für uns nicht von bedeutung was für uns von bedeutung ist wenn wir diesen scanner erzeugen das machen wir so auf diese weise wie das genau funktioniert werden wir in ungefähr acht oder neun wochen sehen das ist jetzt auch nicht wichtig dann müssen wir nur sagen wo dieser scanner angebunden werden soll und system.in ist genau wie hier unten system.out die standard ausgabe ist ist das die standard eingabe und die standard eingabe ist immer erst mal die tastatur und auf diese weise stellen wir diese Verbindung her wir werden gleich noch nicht bekannt ist da müssen wir auch noch etwas für tun also diese Sache hier scanner scan ist dasselbe wie int x wir sagen dem compiler ab jetzt gibt es einen scanner der trägt den namen scan das ist eine karteikarte die ist ein bisschen größer in so im scanner steckt mehr drin als in der ganze zahl aber das prinzip ist dasselbe so und dann müssen wir in das x noch eine zahl ein lesen und das machen wir mit einer methode nennt man das die dieser scanner hat wir sagen jetzt frag den scanner nach der nächsten ganzzahl entgegen nimmt oder nach der nächsten ganzzahl entgegengenommen hat der kann also auch wenn sie jetzt ganz schnell hintereinander eingaben machen kann er die eingaben puffern und er nimmt dann sozusagen die die als erste gekommen ist und weise die diesem x zu das auch wieder schwarze magie wie die laufzeit umgebung das macht ist uns vollkommen egal ja also tatsächlich ist ja so dass wenn ich hier auf die taste drücke wird ein stromkreis geschlossen und irgendwo an einem chip wird ein signal auf 3,8 volt gezogen und dann wird irgendein register beschrieben und ein interruption ausgelöst und auf der basis dieses interruption kriegt dann der den fokus hat diese eingabe und lauter so zeug betriebssystem details drittes oder viertes semester ich so jetzt ist das programm zumindest mal soweit vollständig wie ich das gestern aufgeschrieben hatte bedauerlicherweise verlangt java jetzt von uns dass wir noch so ein bisschen syntaktischen zucker da außen drum rum schreiben wir können nicht einfach so ein stück quelltext aufschreiben und den ausführen sondern da muss noch drum herum ein bisschen administratives administrativer text geschrieben werden wie dem compiler sagt was er eigentlich machen soll das heißt jedes programm benötigt eine methode so heißt das die einen bestimmten namen trägt und das schreibe ich jetzt einfach mal auf das ist auch was was sie hinnehmen müssen erst mal so und diese methode selbst ist auch wieder so ein block ich zeige Ihnen gleich noch einen leichteren weg wie man das machen kann so was heißt das das heißt wir haben eine methode eine methode ist eine zusammenfassung von befehlen die man immer wieder ausführen kann das könnte sich so ähnlich vorstellen wie sagen wir mal einen anruf bei einem callcenter oder wenn sie eine prepaid telefonkarte haben da können sie doch so eine tastenkombination in ihr handy eingeben und dann kriegen sie eine sms wo drinsteht wie viel Geld sie noch konnte haben irgendwie so was so in etwa kann man sich aus kann dieser code an den zentralrechnern des mobilfunkproviders übermittelt werden dann läuft bei dem schwarze magie der guckt im Wesentlichen in der datenbank nach wie hoch der kontostand zu der zugehörigen mobilfunknummer ist und löst dann aus dass eine sms zurück geschickt wird also das prinzip ist jetzt hier dasselbe dinge die immer wieder ausgeführt werden sollen fasst man in methoden zusammen der name wäre jetzt zum beispiel abruf des gut haben und genauso ist das hier letzten endes auch also wir haben eine methode die heißt main der name ist wichtig main ist nämlich der name den die laufzeitumgebung immer erwartet wenn ein programm gestartet werden soll also wenn wir der laufzeitumgebung sagen starte das folgende programm sucht die in dem programm nach der methode namens main und fängt dort an das ist immer so es muss also eine main methode gehen nicht in jeder klasse aber in einer wenigstens so dann sagen wir diese methode ist öffentlich jeder der unsere klasse in die hand kriegt kann diese methode ausführen die ist statisch das bedeutet die ist nicht an ein sogenanntes objekt gebunden sondern die klasse gebunden es gibt also nur eine version dieser methode methoden von objekten gibt es im prinzip mehr also das heißt das ist eine klassen methode damit wird gekennzeichnet dass in dieser methode keine variablen verändert werden die außerhalb dieser methode deklariert worden sind wie das geht wozu man das machen sollte sehen wir auch später ist jetzt im moment nicht wichtig void ist eine wichtige geschichte void bedeutet diese methode liefert nichts zurück wenn wir nochmal an das mobilfunk beispiel denken sie schicken diesen code an ihren mobilfunk provider und kriegen zurück eine sms mit dem mit dem gut haben oder irgendwie wird das angezeigt ich weiß nicht wie das geht dann ist dieses guthaben was zurück geschickt wird das ist was was das was wir jetzt mal als methode ansehen wollen ist ein rückgabe wert da wird also was zurückgeliefert rückgabewerte benötigen methoden um untereinander zu kommunizieren man schickt daten an methode und kriegt die zurück wichtig ist das hier ist eine ausgabe ausgabe und rückgabe haben nichts miteinander zu tun ausgabe ist etwas was wir dem menschen der vorm bildschirmsitz anzeigen wollen rückgabe eine methode bedeutet wir haben einen wert der innerhalb des programms weiter verarbeitet werden soll da unser programm aber nur aus dieser einen methode besteht brauchen wir das nicht was methoden sind müssen jetzt auch nicht wissen kommt auch nochmal in der fünften oder sechsten vorlesung im detail ja das ist also was was sie einfach für copy and paste hier abschreiben und einfach mal so übernehmen so und außen um diese methode rum brauchen wir jetzt leider noch eine vereinbarung nämlich wir müssen sagen wie diese klasse heißt ich nenne die klasse jetzt mal kollatz die ist selbst auch wieder ein block und das bedeutet jetzt auch wieder dass die öffentlich ist also jeder der sie in die hände kriegt sie nutzen kann klasse ist ein schlüsselwort das muss man sich merken und kollatz ist einfach der name praktisch unseres programms sie sehen jetzt hier die datei in der ich mich gerade befinde die heißt kollatz .java das ist eine vorschrift in java eine klasse muss immer genauso heißen wie die datei in der sie sich befindet eigentlich andersrum die datei muss genauso heißen wie die klasse wir überlegen uns zuerst wie soll die klasse heißen weil das immer anwendungsbezogen ist wie die klasse heißen soll und nennen dann die datei entsprechend ich hatte das jetzt hier schon vorbereitet so jetzt sehen wir jetzt immer noch fehler jetzt sehen wir immer noch fehler weil der scanner dem der livezeit umgebung noch nicht bekannt ist das heißt wir müssen jetzt noch etwas einbinden jetzt sehen sie sind auch die meisten fehler schon weg alles was in von der java programmierung mitgeliefert wird ist in sogenannten paketen organisiert das müssen wir jetzt auch gerade aktuell im detail nicht verstehen das bedeutet im klartext dass die also dass man versucht ordnung zu schaffen thematisch ordnung in dieser laufzeit in dieser programmier bibliothek die ist riesig da sind mehrere tausend klassen wahrscheinlich drin und damit da drin ordnung herrscht werden die wie in einem in so einem datei ordnungssystem abgelegt also das kennen sie ja so eine ordnungsstruktur im datei system und genauso ist das mit den paketen und wenn wir jetzt was verwenden was zur java api dazugehört zu dieser programmier umgebung application programming interface heißt das dann müssen wir sagen aus welchem paket das kommt und dieses paket müssen wir mit import angeben das ist für sie jetzt auch nicht wichtig das müssen sie nur einmalig tun für diesen scanner ansonsten haben wir damit im moment nichts zu tun also dieser ganze kram hier ist etwas was sie jetzt einfach mal hinnehmen müssen für die nächsten Vorlesung und ansonsten es ist denke ich relativ selbsterklärend so jetzt sehen wir hier oben noch einen fehler der fehler besagt achso wir können uns immer angucken was der eigentlich ein fehler ist indem wir einfach mit der maus drauf fahren und die maus stehen lassen nicht da wird drauf rum klicken da wird nichts angezeigt sondern einfach drauf fahren ja system in so jetzt ist hier noch ein fehler wir können einfach mit der maus drauf fahren maus stehen lassen halbe sekunde warten dann wird dieser fehler angezeigt der declared package lehrzeichen das not match the expected package eu hsrw tr prog live das hängt jetzt damit zusammen dass ich hier auch in so einer file system struktur bin und eigentlich ich jetzt deklarieren müsste in welchem paket die klasse liegt mache ich jetzt aber nicht sondern schiebe einfach die klasse in das root verzeichnis und damit ist der fehler ordentlich weg so und jetzt ist der ne stimmt das nicht ich habe das falsch verschoben wo sind wir jetzt genau und jetzt ist der fehler tatsächlich auch weg jetzt liegt meine klasse nicht mehr in dem paket das wird also das sein wie das bei ihnen immer aussehen wird sie werden einfach anfangen klassen zu schreiben in dem verzeichnis source und dann wird automatisch hier so ein ordner eingefügt der heißt default package nicht davon nervös machen lassen notfalls erklären das alles nicht mal so das ist jetzt das programm und das wird jetzt eben tatsächlich von oben nach unten ausgeführt wir probieren es einfach mal aus indem ich jetzt hier drauf klicke und jetzt steht da natürlich zahl eingeben gebe ich mal die 3 und dann wird ausgegeben Anzahl der iteration 7 das so ungefähr das was wir erwartet haben weil das nämlich genau die Werte sind die wie wir gestern gesehen haben ich führe das nochmal aus 7 ein und dann kommt die 16 so wie wir das gesehen haben sagen sie jetzt kann man jetzt gar nicht sehen man kann das programm bei der ausführung beobachten mit dem sogenannten debugger ich kann jetzt hier vorne in diesen blauen bereich reinklicken und kann sagen halte mal mit der ausführung hier an und dann gibt hier ein kleines käferchen das startet in die bagger hauptklasse konnte nicht gefunden oder geladen werden das kann jetzt damit zusammenhängen wenn ich das verschoben habe kann aber gar nicht sein ich habe sie gerade ausgeführt die hat ja eben nicht das falsche pacquete ich nehme an dass wir jetzt gerade das hier ausgeführt haben gut okay nehmen wir jetzt mal das so wir wollen jetzt sagen wir halten hier an jetzt geht genau so jetzt sind wir achso jetzt müssen wir erstmal unsere natürliche zahl eingeben das tun wir dann nehmen wir mal die 5 und jetzt fragt er etwas da kann ich jetzt mal da sage ich jetzt mal ja er fragt jetzt ob er die perspektive umschalten darf also ob er jetzt eine andere ansicht einschalten darf nämlich die sogenannte debug ansicht und hier können wir jetzt sehen welche zeile die nächste ist die gerade ausgeführt wird nämlich die die hier grün unterlegt ist und wir können sehen welche werte die variablen aktuell haben also wir können jetzt in die karteikasten live reingucken und dann gibt es hier so ein paar buttons hier oben so einen kleinen pfeil der sagt step into das wollen wir jetzt im moment erstmal nicht machen und hier step over und damit springen wir immer über die aktuelle zeile drüber und sie sehen jetzt hier hier gibt es kein z und jetzt gibt es dieses z und es hat den wert 0 ja das ist jetzt das ist jetzt passiert hier so und jetzt können wir uns überlegen while x ungleich 1 wir können jetzt also mitdenken in dem programmablauf x hat den wert 5 das steht hier drin das heißt wir müssen eigentlich die schleife betreten das tun wir auch jetzt wird geprüft ob x gerade ist hier sehen sie jetzt dass hier relativ umfangreiche kommentare stehen was müsste jetzt passieren es müsste jetzt passieren dass hier drüber gesprungen wird zu diesem else weil wir eben weil x eben jetzt den wert 5 hat und dementsprechend ungerade ist so tatsächlich wird nicht bis zu einem else gesprungen weil das nichts ausführbares ist das ist nur ein Marker der sagt macht das ansonsten sondern es wird bis zur nächsten ausführbaren Zeile gesprungen das ist dreifache x und addiere 1 das machen wir jetzt wird x 16 das wird hier gelb unterlegt sehen sie was hat sich jetzt gerade geändert dann wird z um 1 erhöht sehen wir jetzt hier und so geht das dann weiter so kann man eben beobachten jetzt ist x 16 ab jetzt wird immer wenn wir immer gerade zahlen haben weil wir jetzt bei einer 2 potenz angekommen sind werden nach die werte ändern jetzt wird x halbiert z nochmal erhöht so und jetzt gilt die bedingung hier oben nicht mehr ja jetzt haben wir x hat den wert 1 angenommen es ist nicht mehr ungleich 1 jetzt müsste das programm also hier runter springen zu dieser ausgabe und das tut sie jetzt auch so können sie also ihr programm bei der ausführung beobachten wenn sie wenn irgendwas passiert was sie nicht verstehen so da springen wir jetzt auch nochmal drüber und dann wird eben ausgegeben anzahl der iteration ist 5 und dann ist der ablauf beendet ich beende den jetzt mal auf diese weise so jetzt ist natürlich die perspektive umgeschaltet da gibt es hier oben so kleine buttons und eine davon heißt java und da können wir wieder zurückschalten eine sache will ich dann kommt was großes rotes und alles ist schlimm da hat er jetzt festgestellt dass t keine zahl ist und kann damit nicht umgehen und gibt dann so eine fehlermeldung aus wie man diese fehlermeldung verarbeitet sehen wir in der elften oder zwölften vorlesen gut soviel erstmal zu dem thema kollatz funktion und kurze einführung in java jetzt wollen aber nochmal einen schritt zurücktreten und nochmal schauen was für konstruktion wir jetzt hier schon gesehen also zuweisungen und variabel ich hatte das ja schon gesagt so eine variable ist so eine schachtel oder eine karteikarte und da steht hier vorn drauf die heißt x an der seite steht drauf die ist vom typ int es gibt also mehrere verschiedene typen da gehe ich jetzt gleich drauf ein und in der schachtel drin liegt dann eben die 42 ja so kann man sich das vorstellen und das regal in dem ganzen schachtel liegen das ist der speicher vom computer vereinbart wird eine variable auf diese weise oder in der allgemeinen form typ leerzeichen name dieses halbe rechteck was ich hier gezeichnet habe ist kein druckbares zeichen das ist kein zeichen was man auf der tastatur hat sondern das benutze ich manchmal um explizit deutlich zu machen dass an der stelle ein leerzeichen stehen muss weil ansonsten das ja nur ein wort wäre und der compiler nicht wüsste wo fängt der typ an oder wo fängt der name an ja also manchmal kennzeichne ich leerzeichen auf diese weise das ist also die allgemeine form variablen Namen können beliebig kompliziert sein kann zum beispiel so was sein es sind also erlaubt buchstaben es sind erlaubt ziffern es sind erlaubt unterstriche nicht erlaubt den leerzeichen ist wichtig das mag jetzt vielleicht so aussehen als ob der leerzeichen dazwischen sind sind keine und der variablen name darf nicht mit einem mit einer ziffer anfangen sondern nur mit einem unterstrich oder einem buchstaben und es gibt eine konvention die besagt man sollte variablen namen immer mit einem kleinen buchstaben beginnen lassen das wird vom compiler nicht erzwungen das ist sinnvoll weil wir eine weitere konvention haben die sagt variablen klassen namen sollten mit einem groß buchstaben beginnen klassen leicht unterscheiden können von variablen sie haben das gesehen scanner und system wurde jeweils mit großbuchstaben geschrieben das hängt damit zusammen dass es eben klassen sieht oder unsere klasse collards ja also ich hatte jetzt schon mehrfach gesagt es gibt verschiedene datentypen die ich jetzt einmal aufschreiben sie brauchen das alles hier nicht mit zu schreiben ich zeichne das alles auf die können sich alles noch mal anschauen so wir haben sogenannte primitive datentypen über die will ich jetzt auch nur reden in den nächsten wochen reden wir praktisch nur primitive datentypen das sind solche von denen man keine objekte erzeugen kann was das ist kommt auch später hier gibt es einmal boolean das ist so was true false ist 8 bit also alles was wir als wahrheitswert abbilden können ist vom typ boolean also alle alle bedingungen die hinter einer hinter die in runden klammern hinter einem if stehen zum beispiel sind vom typ boolean also das muss irgendeine berechnung sein bei der am ende vom typ namens boolean raus kommt damit in engem zusammenhang steht dass wir dann solche vergleichsoperatoren haben werden das werden wir nachher noch sehen also boolean ist true oder false es gibt auch true und false als schlüsselworte wir können also in boolean variablen direkt diesen wert zuweisen ich kann also so was schreiben wie boolean b und dann b ist gleich false das ist zulässig false ist ein schlüsselwort würde jetzt in eclipse dann auch in popo angezeigt werden so als nächsten typ gibt es byte der hat byte sind ganzzahlen von minus 128 bis 127 sind 8 bit warum von minus 128 bis 127 wir können 256 werte mit 8 bit darstellen und wir müssen die 0 auch irgendwie darstellen das heißt bei den positiven zahlen fehlt dann eine dann gibt es short das geht von minus 2 hoch 15 bis plus 2 hoch 15 minus 1 das ist wieder die 0 das sind 16 bit dann haben wir int das ist der den wir gerade hatten der geht von minus 2 hoch 31 bis 2 hoch 31 minus 1 das sind 32 bit und es gibt long der geht von minus 2 hoch 64 63 bis 2 hoch 63 minus 1 das sind 64 bit 64 bit ist die aktuelle adressbreite von modernen computern das heißt die können sehr schnell verarbeitet werden weil da einfach komplett das signal auf den adressbus gelegt wird und der prozessor nicht irgendwie noch nachschauen muss welchen teil dieses quad wort er jetzt 64 bit nennt man ein quad wort jetzt auslesen muss die details dazu wie die zahlendarstellung computerintern funktioniert nämlich im 2er komplement das lernen sie beim professor grebel in grundlagen der informatik darum kümmern wir uns nicht das ist so die tiefen des binären schmutzes in dem wir uns nicht rumschlagen wollen so dann gibt es float float sind sogenannte gleitkommazahlen das sind 32 bit die gehen von irgendwas in der größenordnung so rund 10 hoch minus 10 hoch 30 bis 10 hoch 30 308 dann gibt es double das sind 64 bit die gehen so rund von minus 10 hoch 308 bis 10 hoch 308 so in etwa da werden sie jetzt sagen moment mal mit 64 bit komme ich ja von von minus 263 bis 263 wieso kann das jetzt plötzlich von minus 10 hoch 308 bis plus 10 hoch 308 gehen das passt ja gar nicht da rein das stimmt bei double fehlen einfach einzelne werte double kann zwar zahlen sehr präzise darstellen also mit sehr vielen nachkommastellen aber eben nicht alle da fehlen einfach auf dem zahlenstrahl je weiter man wegkommt von der 1 desto mehr zahlen fehlen das ist für unsere themen im wesentlichen nicht relevant weil wir uns mit zahlen beschäftigen werden die relativ klein sind aber sie können sich merken geld währungswerte bildet man nie im double ab da gehe ich aber auch nochmal im detail drauf ein so dann gibt es noch k das sind zeichen sogenannte character die sind in java 16 bit weil bisher schon mal was anderes gehört hat nämlich 8 bit das sind in anderen sprachen so in java sind character unico zeichen mit 16 bit das heißt wir können 65.000 zeichen über den darm darstellen das ist also 2 hoch 16 und wir haben noch string das sind zeichenketten die haben eine beliebige länge string ist nicht so wirklich ein primitiver datentyp das ist so ein mischtyp eigentlich sind das Objekte die sind aber immutable das heißt die können nicht geändert werden also immer wenn ich ein string ändere wird ein neuer angelegt im speicher das ist für sie aber nicht wichtig aber wir können einer string variablen auf dieselbe weise werte zuweisen und können sie auf dieselbe weise initialisieren wie wir das mit den anderen typen hier oben drüber können und deswegen und weil die so wichtig ist gehört die so halb mit zu den primitiven datentypen das sind so die typen mit dem wir uns beschäftigen werden jetzt also insbesondere boolean int double und string manchmal werden wir noch character verwenden und manchmal werden wir long verwenden byte und short sind so Relikte aus der Zeit als Speicherplatz knapp und teuer war Hardware kostet aber heutzutage im Prinzip nichts mehr wollen wir uns vorstellen ein Softwareprojekt was sagen wir mal in der Größenordnung von einer Million Euro kostet und der Entwicklertag kostet zwischen 600 und 800 Euro wenn wir Gemeinkosten rechnen vielleicht ungefähr 500 Euro dann können Sie sich vorstellen wie viele Entwicklertage man aufwenden könnte oder wie wenige Entwicklertage man braucht um den Speicher in einem Server zu verdoppeln warum erzähle ich Ihnen das wenn ich zum Beispiel eine Variable wenn ich wenn ich feststelle in der Anforderungsanalyse eine Variable kann nie einen Wert haben der Größe als sagen wir mal 1000 und legt dann fest ich mache die Variable short dann ist das im Jahr 2016 wenn aus irgendwelchen Gründen zum Beispiel weil sich regulatorische Rahmenbedingungen der Energieversorgung ändern irgendwann diese Variable den Wert 60.000 annehmen kann warum auch immer wir wissen es nicht im Jahr 2030 dann haben wir uns im Jahr 2016 ein Wartungsproblem in unsere Software geholt ohne dass wir Not hatten und dieses Wartungsproblem wird mit Sicherheit teurer sein als es kosten würde den Speicher in unserem Server zu verdoppeln und deswegen verzichten wir einfach es sei denn wir haben echt harte Speicherplatzanforderungen das kann schon sein bei eingebetteten Systemen die zum Beispiel in so einer Parkhausschranke verbaut werden deswegen verzichten wir aber auf diese auf diese Datentypen weit und short weil die Probleme die man sich damit einfängt eher größer sind als der nächste den man davon hat also Hardware kostet einfach nichts und deswegen kümmern wir uns nicht um den Speicher betraf man soll natürlich mit dem Speicher nicht rumsauen und irgendwelchen Quatsch machen aber die Details dazu die lernen Sie nächstes Semester in Algorithmen und Datenstrukturen kennen also Zuweisung hatten wir schon gesehen also sowas wie x ist gleich 42 das ist eine Zuweisung rechts steht immer sowas das nennt man einen Ausdruck ein Ausdruck ist alles was berechenbar ist 42 ist im Prinzip berechenbar das ist eine Zahl und wenn ich die jetzt berechne was ich nicht mehr kann kommt wieder 42 raus da kann auch sowas stehen wie x ist gleich n mal 4 ja das heißt allgemein steht auf der rechten Seite ein Ausdruck und auf der linken Seite steht ein Name und dazwischen steht ein Gleichheitszeichen Zuerst wird der Ausdruck auf der rechten Seite ausgewertet solange bis er nicht mehr ausgewertet werden kann und dann wird er auf die linke Seite zugewiesen so jetzt schauen wir uns mal einen etwas komplizierteren Ausdruck an also jetzt lassen wir mal den linken Teil mit der Zuweisung weg sondern jetzt reden wir nur darüber was Ausdrücke sind und wollen mal gucken wie die Auswertung so eines Ausdrucks abläuft erstmal prinzipiell geht es von links nach rechts jetzt können wir bei links erstmal klammern das erste Auswertbare worauf die Laufzeitumgebung jetzt stößt ist dieses x plus 3 das heißt das wird zuerst ausgewertet und dann kann man sich vorstellen dass dieses Ergebnis von x plus 3 jetzt wieder an dieser Stelle eingesetzt wird und vor dem Mal steht tatsächlich ist es nicht so aber man kann sich es so vorstellen dann kommt das Mal das Mal kann jetzt nicht ausgewertet werden weil auf der rechten Seite noch ein Ausdruck steht der noch nicht ausgewertet ist das heißt jetzt wird erstmal hier weiter gemacht und es wird das Ergebnis von z minus 4 bestimmen jetzt kann der Maloperator das erste Mal greifen der kann jetzt wirklich rechnen er hat jetzt links eine Zahl und rechts eine Zahl das heißt das ist das was als drittes passiert und jetzt geht es nach rechts weiter und als viertes wird dann die zweite Addition mit der 3 ausgeführt also das ist die Reihenfolge wie so ein Ausdruck ausgewertet wird wird immer von links nach rechts ausgewertet das ist insbesondere von Bedeutung wenn Sie innerhalb so einer Ausgabeanweisung diese Println wenn Sie da mit Zeichenketten und Zahlen jonglieren müssen Sie aufpassen darauf dass manchmal der Plusoperator Zahlen hernimmt in Abhängigkeit davon was links steht und manchmal eine Zeichenkettenverkettung macht und wichtig ist dabei es geht immer links los also egal ob dann rechts irgendwie noch ein Ausdruck steht der algebraisch ausgewertet werden kann wenn vorne eine Zeichenkette steht wird einfach immer hinten angekettet ja 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 natürlich es wird es wird von natürlich von links nach rechts berechnet aber selbstverständlich wird Punktrechnung vor Strichrechnung ausgeführt klar na klar ich habe jetzt hier die Klammern nur gesetzt um das zu verdeutlichen wenn die Klammern da nicht stehen würden dann wäre die Auswertung so dann wäre das das erste was ausgewertet wird das ist das zweite das dritte und das vierte so dann hatte ich gesagt bei Boolean oder Boolean Werte kommen immer durch Vergleichsoperatoren zustande oder nicht immer aber oft es gibt die Vergleichsoperatoren die sie aus der Mathematik schon kennen also kleiner als kleiner gleich gleich den haben wir schon gesehen größer gleich größer und ungleich das sind sogenannte binäre Operatoren das heißt Operatoren das heißt es gibt einen linken Operator einen linken Operanten den Operator und einen rechten Operanten und immer werden zwei miteinander verglichen ist etwas kleiner ist x kleiner als 42 ist z kleiner gleich 15 und so weiter das sind also die Operatoren die man verwenden kann um Werte miteinander zu vergleichen dazu gibt es noch logische Operatoren wenn ich zum Beispiel sowas aufschreiben will x soll kleiner 4 sein und z soll gleich 7 sein wenn ich sowas aufschreiben möchte das kann ja sein dass meine Fachlichkeit sowas erfordert ja wer sich für eine Prüfung anmelden möchte muss eingeschriebener Student sein und das Testat bestanden haben das sind das hat jetzt mit Zahlen jetzt gar nichts mehr zu tun aber das sind zwei Bedingungen die müssen gelten und die will ich mit und verknüpfen dafür gibt es logische Operatoren da gibt es da gibt es oder ich schreibe einmal das hier auf also x soll kleiner sein als 4 ich klammer das mal ein und z soll gleich 7 sein das wäre jetzt die Bedingung die da oben rechts steht und hier haben wir so einen sogenannten logischen Operator nämlich das und dann gibt es noch einen zweiten logischen Operator der heißt oder und dann gibt es einen logischen Operator der heißt nicht wir wollen es jetzt einmal anschauen wie diese Operatoren funktionieren Sie kennen das aus der Schule von diesen Wahrheitstabellen ja das tue ich dann schon noch also wir wollen eine Wahrheitstabelle einmal aufschreiben es geht ja immer darum einen linken und einen rechten Operanten miteinander zu verknüpfen bis auf die Ausnahme ganz rechts das heißt wir wollen hier gucken gilt A und B wir wollen hier gucken gilt A oder B und genau das was ihr Kommilitone gerade sagt diese beiden Striche ist der senkrechte Strich der auf der Tastatur auf einem Windows Rechner liegt der bei den kleiner und größer Zeichen ja alt gr kleiner und größer das ist links vom Y also zwei senkrechte Striche warum das zwei Striche sind gehe ich vielleicht später mal darauf ein das sind sogenannte Shortcut Operatoren das ist aber nicht wichtig verwenden sie einfach immer diese so und bei not würde man jetzt sagen nicht A also ob etwas nicht true oder false ist wir haben zwei Operanten das heißt wir können vier verschiedene Kombinationen von 0 und 1 haben ich schreibe jetzt nicht true und false sondern schreibe mal 0 und 1 wir wollen jetzt rechts aufschreiben wie die jeweilige wie das jeweilige Ergebnis ist das ist natürlich Unsinn so was ist jetzt die Frage die Frage ist bei dem und ist A true und ist B true das ist immer die Frage die wir beantworten wollen wenn A true ist und B true ist wird das Ergebnis dieses Operators true sein ansonsten false so wie sieht das jetzt hier aus wir haben A ist false B ist false also wird das Ergebnis sein reden sie einfach los false A ist false B ist true das Ergebnis wird sein false weil nicht beide true sind im umgekehrten Fall ist es genauso und erst wenn beide true sind wird auch das Ergebnis true sein bei oder sieht das anders aus da ist die Frage ist einer von beiden true genauer gesagt ist die Frage ist wenigstens einer von beiden true das ist wichtig das oder was wir natürlichsprachig verwenden ist ein exklusives oder es ist eigentlich sagen wir immer entweder oder ja willst du ein Bier oder eine Cola dann bedeutet das in der Regel der Fragesteller geht davon aus dass ich nur eins will und nicht beide das ist bei dem oder was wir hier aufschreiben anders das exklusive oder gibt es als Operator auch das sind zwei Dächer das verwendet man aber praktisch nie oder sehr selten das ist auch sehr schwer kognitiv nachzuvollziehen was da genau abgibt deswegen verzichte ich hier drauf es gibt allerdings eine Übungsaufgabe wo sie sich mit dem exklusiven oder das extrem viel leichter machen könnten ich will aber explizit den anderen Fall diskutieren in der Übung so also ist eins von beiden true nein ist eins von beiden true ja b ist true a ist true a und b sind beide true wir haben bei not a da nehmen wir genau das gegenseitig also wenn es true ist äh wenn es false ist wird es true und wenn es true ist wird es false das ist ein unheerer Operator der hat nur einen Operator so mit dem ganzen Rüstzeug können wir uns jetzt mal so ein bisschen bedingte Anweisungen anschauen das haben wir ja schon gesehen deswegen machen wir das relativ kurz also wir haben sowas wie zum Beispiel wenn x kleiner ist als 0 dann mach x ist gleich minus x was ist das wer kann das sagen was das ist was wird da berechnet ja und wie heißt das ja das ist der absolute Betrag genau ja also wenn wir eine negative Zahl ermachen also positiv ähm sie sehen jetzt hier es muss kein sonst Block kommen also else ist optional kann man weglassen und hier oben haben wir jetzt so eine Bedingung drin die eben äh denke ich sofort eingängig und lesbar die zweite Möglichkeit will ich jetzt der Vollständigkeit halber nochmal aufschreiben wenn x kleiner 0 ist dann mach y das schreibe ich ja nämlich ist gleich minus x sowas kann man auch aufschreiben und ansonsten machen wir y ist gleich x ja also jetzt weisen wir y immer den Betrag von x zu was nein wir wollen jetzt einem y woher immer auch immer das kommt ein minus x äh den Betrag von x zu weisen das machen wir eben genau auf diese Weise ja wir sagen äh wenn das x kleiner ist als 0 dann soll y den Wert minus x kriegen ja dann wird aus minus 3 eben 3 und ansonsten soll y den Wert äh von x bekommen so was sie jetzt hier sehen sind so Code Ausschnitte die sich nicht in ein Programm ausfügen äh einfügen ich schreibe manchmal einfach so ein Stück Code auf und sie müssen sich dann dazu denken ah da wird wahrscheinlich oben drüber irgendwo stehen int x und int y diesen ganzen Krempel den schreibe ich immer nicht mit weil das für das Problem was wir gerade betrachten wollen unwichtig ist ja das müssen sie sich immer dazu denken so wie das dasteht würde man das nicht ausführen können sondern da fehlt was das ist aber für den aktuellen Fall äh im Prinzip unwichtig ja also das sind die beiden Möglichkeiten wie ich eine bedingte Anweisung ähm aufschreiben kann jetzt wollen wir einmal etwas ausführlicher äh ein Thema machen mit bedingten Anweisungen wir wollen Monate umrechnen in Jahreszahlen ich werde ein bisschen überziehen ähm ich würde sie bitten so lange noch Geduld zu haben so etwa 10 Minuten und das liegt damit zusammen dass ich äh heute die Einführung des Collards mit Eclipse gemacht habe und das ein bisschen länger gedauert hat also wir wollen Monate in Jahreszahlen umrechnen das heißt nicht in Jahreszahlen in Jahreszeiten also wir wollen sagen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 wir wollen sagen 3 bis 5 ist Frühjahr 6 bis 8 ist Sommer 9 bis 11 ist Herbst und 12 bis 2 ist Winter warum auch immer man das machen will die Idee ist also ähm ähm in dem Programm erfolgt eine Eingabe einer Zahl und das Programm soll ausgeben Herbst zum Beispiel wenn ich eine 10 eingegeben habe und das wollen wir jetzt mal mit bedingten Anweisungen äh machen ich fange einmal an mit int m ist gleich scan Punkt next int ja das hatten wir vorhin gesehen es kommt also eine äh es kommt also eine Zahl vom Scanner und liegt dann in der Variablen m warum m ist die Abkürzung für Monatsnummer so und jetzt wollen wir uns mal überlegen wie muss die Bedingung lauten für den Frühling wann darf ich ausgeben es ist Frühling was muss dann gelten für m ja genau wenn m zwischen 3 und 5 liegt zwischen 3 und 5 ist ähm bedeutet im Intervall 3 bis 5 ja und äh wie drücken wir das aus ob m zwischen 3 und 5 liegt ja größer 2 und kleiner 6 genau ich schreibe es einmal anders auf und ich erkläre Ihnen auch warum also ja ist es richtig was Sie gesagt haben genau wir schreiben m größer gleich 3 und ich sage Ihnen auch warum wir nehmen mal an wir haben eine Anforderungsspezifikation die hat 380 Seiten und ähm da stehen Fachlichkeiten im Wesentlichen drin die Werte um die es uns geht sind der Monat März und der Monat Mai die haben die Nummer 3 und 5 und deswegen versuchen wir in unserem Quellcode wenn wir überhaupt feste Zahlen einprogrammieren äh was man sowieso selten machen sollte versuchen wir die Werte dort reinzutragen die in unserer Anforderungsspezifikation stehen wenn da jetzt stehen würde größer 2 und kleiner 6 dann müsste man na da macht das Hirn so einen kurzen Ruttler da muss man so kurz nachdenken warum steht jetzt nicht 2 wenn da steht 3 und 5 ist klar okay das ist März und das ist Mai ja und deswegen versuchen wir immer die Werte äh zu nehmen die für unser fachliches Problem gerade relevant sind und ähm entsprechend eben auch mit den Operatoren dann äh so zu gestalten ähm dass das funktioniert so wenn also m größer gleich 3 ist und m kleiner gleich 5 ist dann sagen wir system.out.println ähm früher ja so ansonsten else jetzt könnte man 2 Dinge tun ich könnte jetzt hier einen Block anfangen lassen und dann hier reinschreiben if und so weiter das ist einer der wenigen Fälle wo wir direkt die Anweisung äh dahinter schreiben können oder ähm dürfen ich erkläre dazu gleich noch etwas ne machen wir jetzt mal weiter mit dem Fall Sommer wie muss die Bedingung lauten ja dann machen wir system.out.println lm sommer so es gibt noch eine Besonderheit ähm diese Blöcke hier bestehen immer aus einer Zeile Java erlaubt dass man bei einzeiligen Blöcken die geschweiften Klammern weglässt weglässt ich rate dringend davon ab ähm und zwar ist auch wieder die Wartung ähm der Grund dafür nämlich wenn wir äh diese geschweiften Klammern weglassen würden und irgendwann ändert sich äh die Anforderung an unsere Software und wir fügen weitere Zeilen in diesem Block ein und man vergisst die Klammern zu setzen weil man vielleicht einen anderen Code-Stil äh pflegt als derjenige der den Code ursprünglich mal geschrieben hat dann bekommt man ein semantisches Problem weil dann nach wie vor nur die erste Zeile zu dem Block gehört und der Rest wird ähm der Rest wird dann sozusagen immer ausgeführt ähm was möglicherweise schwierig zu finden ist das heißt immer geschweifte Klammern setzen auch wenn es nur ein einzeiliger Block ist das verhindert langfristig äh Probleme bei der Fehlersuchung so und hier an der Stelle habe ich das jetzt trotzdem gemacht ja hier habe ich jetzt keine geschweifte Klammern gesetzt sondern direkt die nächste Anweisung dahinter geschrieben hier ist es aber aus der Struktur sofort offensichtlich und der nächste Block fängt dann hier eben direkt an deswegen ist es völlig okay else if zu schreiben also else leerzeichen if nach der reinen Lehre die ich gerade gesagt habe immer jeden äh Block in geschweifte Klammern setzen müsste man eigentlich schreiben else geschweifte Klammer auf und da drin dann neues if das würde jetzt aber dazu führen dass unsere Code Struktur so so eine starke Einrückung erfährt weil wir bei jedem weiteren Block immer wieder eins tiefer einrücken würden ist auch nicht besonders lesbar gut machen wir mal weiter ähm ansonsten denke ich ist jetzt klar wie es weitergeht wenn m größer gleich 9 und m kleiner gleich ähm 11 dann sagen wir terbst und dann sagen wir else und ich schreibe jetzt aber mal else if das erkläre ich Ihnen auch gleich noch warum so jetzt kommt 1, 2 und 12 wie formulieren wir das hinter ist ja ne können wir nicht erklären warum ich möchte nämlich genau die Bedingung mit Ihnen besprechen also wie wäre jetzt die Bedingung ja und was ist bei minus 1 was haben wir gerade noch gesehen an Vergleichsoperatoren oder an logischen Operatoren nicht nur nicht nicht oder ja wir können auch schreiben äh m gleich 12 oder m gleich 1 oder m gleich 2 ich schreibe mal hier eine deutsche 1 so dann sagen wir es ist Winter und falls eine Fehleingabe kam dann machen wir sozusagen für alle anderen Fälle sagen wir gib aus so ja das wäre jetzt eine Möglichkeit wie man so eine bedingte wie man so bedingte Ausführungen oder bedingte Anweisungen nutzen kann um so verschiedene Entscheidungen zu treffen das ist jetzt natürlich ein schönes Beispiel um die zweite Möglichkeit der bedingten Anweisungen Ihnen vorzustellen und zwar die sogenannte Fallunterscheidung das sind wir haben hier zwölf verschiedene Fälle unser m kann zwölf verschiedene Werte annehmen und wir haben daraus vier Fälle gemacht und diese vier Fälle behandeln wir jeweils unterschiedlich und dafür gibt es eine Konstruktion in Java die nennt sich Switch Case ich fange also wir wollen genau dasselbe Problem jetzt mit einer sogenannten Switch Case Anweisung lösen ich fange einmal wieder genauso an wie vorhin int m ist gleich scan.next und dann erleichtern wir uns die Arbeit noch ein bisschen indem wir sagen wir haben eine Zeichenkette die hat am Anfang den Wert jahreszeit so jetzt habe ich noch was vergessen eigentlich hätten sie laut rufen müssen um zu erläutern ich habe jetzt immer hier einfach geschrieben int m ist gleich scan.next ich hatte Ihnen ja vorhin gesagt eine Zuweisung oder eine Deklaration der Variablen geht so und dann machen wir so was ja das hier ist äquivalent zu int x ist gleich 42 da haben wir die Deklaration der Variablen und die Zuweisung des initialen Werts die Initialisierung in einer Zeile ja wir können also direkt die Variable deklarieren und danach den Wert zuweisen Sie können beide äh Varianten schreiben und das ist aber das was ich jetzt immer äh jetzt habe ich doch wieder mal umsinnig geschrieben ja das ist das was ich jetzt immer verwenden werde also wir wollen noch einen String haben der heißt Jahreszeit und der ist am Anfang der Leerstring warum wir das so machen sehen Sie dann gleich der Leerstring also die leere Zeichenkette sind einfach zwei doppelte Anführungszeichen äh direkt aufeinander folgen also ohne ein Leerzeichen das gibt es wir machen zwei doppelte Anführungszeichen direkt aufeinander folgen und äh das ist äh erstmal eine leere Zeichenkette da steht nichts drin also kein Text so und jetzt machen wir wieder unser M oder unser machen wir mal Switch Case Anweisung und die sieht so aus ähm das Schlüsselwort dazu ist Switch Switch bedeutet in Abhängigkeit von dem was hier in der Bedingung was hier in der Bedingung drin steht in Abhängigkeit davon schalte auf einen der folgenden Fälle die da kommen wir müssen jetzt also eine Liste von Fällen darunter schreiben und äh müssen dann sagen was in dem jeweiligen Fall passieren soll der erste Fall den ich jetzt mal betrachten will ist die 3 also falls unser Monat den Wert 3 hat dann schreibe ich hier hin Case das ist auch wieder ein Schlüsselwort Wertzeichen und dann den Wert so dann können Sie sich jetzt auch schon überlegen was hier oben in den Klammern drin stehen muss dann muss nämlich unser M stehen also in Abhängigkeit des Wertes den M hat schalte um auf einen der folgenden Fälle jetzt fangen wir an mit 3 was müssten wir machen wenn wenn wir den Fall 3 haben wir wollen ganz am Ende soll dann mal stehen äh System Punkt Out Punkt Print LN und dann wollen wir die Jahreszeit einfach rausgeben die Jahreszeit ist unsere Zeichenkette die wir oben vereinbart haben ähm dadurch muss ich nicht jedes Mal System Out Print LN schreiben so also wir haben eine Zeichenkette uns gemacht die heißt Jahreszeit und in dieser Zeichenkette wollen wir dann das Wort Winter zum Beispiel ablegen und ganz am Ende wenn unsere Switch Case Anweisung durchgelaufen ist soll das Wort Winter hier an der Stelle ausgegeben werden das ist das Ziel das heißt wir haben jetzt den Fall 3 und für den Fall 3 was müssen wir dann tun damit genau das passiert was ich gerade beschrieben habe ja genau wir müssen jetzt dem String Jahreszeit schreiben Sie nicht mit ich lösche das gleich wieder den Wert früher zugehalten so was passiert im Fall 4 ja dasselbe so und das ist eine Besonderheit der Switch Case Anweisung was passiert im Fall 5 ja auch dasselbe so und das ist jetzt eine Besonderheit der Switch Case Anweisung die springt nachdem ein Fall ausgeführt wurde nicht einfach raus sondern die macht weiter das ist eine Sache die man so jetzt erstmal nicht erwartet ja es ist also nicht exklusiv es ist nicht so dass wir exklusiv auf einen Fall schalten und nachdem dieser Fall durchgelaufen ist wieder rauskommen sondern es geht dann danach weiter diese Cases sind also nur Einsprungpunkte in den Block und ab dann wird der Block vollständig bis zum Ende durchlaufen dass das meistens nicht gewünscht ist können Sie sich vielleicht vorstellen da gibt es aber eine Gegenmaßnahme so also wir schreiben jetzt hier Jahreszeit ist gleich so was passiert jetzt hier wenn unser M den Wert 3 hat wird unsere wird unser Programm an diese Stelle springen das ausführen was dort steht da steht nichts ok dann geht es weiter an dieser Stelle das hier wird ausgeführt da steht nichts und dann geht es weiter an dieser Stelle da steht was und das wird auch tatsächlich ausgeführt so welcher Fall kommt denn jetzt als nächster also der Gedankengang ist jetzt noch nicht ganz zu Ende was kommt jetzt als nächster Fall das war der nächste Fall wenn man so vorgehen wie vorher ja ok 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 da muss was passieren ja ja Jahreszeit wäre Sommer ich denke Sie haben das Prinzip schon verstanden ich kann jetzt hier schreiben ok 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 Jahreszeit ist gleich Sommer so wenn Sie sich das jetzt angucken mit dem was ich vorher gesagt habe was passiert denn jetzt hier ja genau ja das müssen Sie jetzt bewusst machen das M sagen wir mal nehmen wir an das M hat jetzt den Wert 4 wir springen hier an diese Stelle für diese Zeile aus Jahreszeit hat den Wert Jahreszeit hat den Wert Frühling dann geht es aber hier weiter Jahreszeit hat weiter den Wert Frühling hat den Wert Frühling jetzt kriegt die Jahreszeit den Wert Sommer das ist aber nicht das was wir wollen wenn M4 ist das heißt an der Stelle wo wir fertig sind das heißt an der Stelle wo wir fertig sind müssen wir das Programm zwingen diese diesen Block wieder zu verlassen und das können wir tun indem wir hinter diese Stelle dahinter schreiben break die Konstruktion die ich hier aufgeschrieben habe jetzt gerade ist eigentlich eine große Ausnahme das ist gar nicht so oft dass man so eine Sammlung von Fällen hat wo am Ende dasselbe passiert wesentlich häufiger ist es so dass jeder Fall was anderes tun soll und nach jedem Fall immer die Switchcase Anweisung verlassen werden soll deswegen empfiehlt es sich wenn sie so eine Switchcase Anweisung aufschreiben immer zu sagen zum Beispiel Case 3 Doppelpunkt und dann schreiben sie direkt das Break dahinter das machen so wie sie immer schreiben sollen if runde Klammer auf runde Klammer zu geschweifte Klammer auf geschweifte Klammer zu schreiben sie immer erstmal diese Konstruktion und erst danach schreiben sie vor das Break was in diesem Fall passieren soll wenn sie das Break nicht brauchen dann wissen sie das ganz genau meistens werden sie es brauchen es ist ganz selten dass man es nicht braucht ja also immer zuerst diese Konstruktion schreiben das Break bei jedem Case immer mitschreiben das ist jetzt hier mal wirklich eine Ausnahme so jetzt ist denke ich offensichtlich dass hier wieder so ein Break stehen soll dann kommen unsere Cases 9 Case 10 oh Gott und Case 11 so und hier ist jetzt Jahreszeit gleich Herbst unser Break dann geht es weiter mit Case 1, 2, 3 ja 1, 2, 12 Gesundheit und Break und dann werden sie sagen ja Moment mal da ist ja sowieso zu Ende naja nicht unbedingt wir hatten ja noch Sie denken noch daran dass wir ja noch gesagt haben ja wenn du eine andere Zahl eingibst als 1 bis 12 dann wollen wir dir noch eine kurze Wasserstandsmeldung zu unserer Meinung dazu geben und da gibt es einen Fall das ist der Standardfall der hat das Schlüsselwort Default ja der letzte Case sollte immer der Default Case sein wenn sie nicht wissen was sie im Default Fall machen sollen dann schreiben sie ihn trotzdem hin und keine Anweisung rein außer Break also auch im Default Fall kommt immer ein Break warum das hat auch wieder mit Wartung zu tun es kann ja sein dass sie irgendwann mal den Default Fall als einen Fall umlabeln der ein fachlicher Fall ist und wenn dann das Break fehlt vergessen sie möglicherweise es einzufügen also schreiben sie es immer mit das kostet keine Rechenzeit der Compiler optimiert das sowieso weg aber im Quellcode ist es drin selbst wenn da ein leeres Default steht das wird auch weg optimiert das gibt es dann in dem Maschinencode der erzeugt wird vom Compiler gibt es das einfach nicht aber in unserem Quellcode ist es drin und das ist eben sehr wichtig so also einmal noch kurz zusammengefasst was wir heute gesehen haben wir haben gesehen dass Zuweisungen so funktionieren dass wir eine linke Seite haben dort steht ein Name eine rechte Seite dort steht ein Wert oder ein Ausdruck der zu einem Wert ausgewertet werden kann wir haben gesehen wie wir Ausdrücke auswerten wir haben gesehen was es so an Vergleichsoperatoren gibt haben auch die meisten davon verwendet oder eigentlich alle davon glaube ich sogar wir haben gesehen wie logische Operatoren funktionieren wie mit logischen Operatoren verschiedene Google-Chip-Werte miteinander verknüpft werden können das ist nämlich genau das was hier passiert ja x kleiner 4 ist entweder true oder false z gleich 7 ist entweder true oder false und das können wir mit und oder und so weiter verknüpfen und da kommt dann wieder was raus was true oder false ist wir haben gesehen wie bedingte Anweisungen funktionieren einmal mit Alternativausführung also sonst Block einmal ohne es wird immer einer der beiden Blöcke betreten niemals beide weil die Bedingungen entweder auf den einen schaltet oder auf den anderen wir haben ein etwas ausführlicheres Beispiel gesehen zum Thema if-else und wir haben ein Beispiel gesehen für eine Fallunterscheidung mittels Switch Case und da ist die Take Home Message schreiben Sie immer die Case ist zuerst mit dem Schlüsselwort Break schreiben Sie immer ein Default Case ebenfalls mit dem Schlüsselwort Break und achten Sie überhaupt immer darauf dass Sie sauber Ihren Quellcode einrücken damit Sie nicht den Überblick verlieren so das war es von meiner Seite für heute wir sehen uns erst wieder am 17.10. beziehungsweise vorher in den Übungen ab nächste Woche beginnen Praktikum und Übungen bis zum nächsten Mal